Ab dem 1. November 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Frankfurt-Ostend. Das im Jahr 1964 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Wohnung befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 860 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.